Ich werde probieren 10 Minuten diesen Bedrock-Block abzubauen, ob es klappt, ich bezweifle es, aber das ist die Bestrafung vom gestrigen Video. Wie gesagt, das Video wird nicht allzu spannend, ich baue diesen Bedrock-Block bloß ab. Ich mache die Ammoderation jetzt zum 6. oder 7. Mal, weil mir das Internet einfach nicht mitspielt. Ich hoffe es klappt jetzt, wie gesagt, ich habe ja gegen Torge gespielt und habe da gegen verloren. Torge habe ich euch schon geprankt und so weiter und so fort, schreibt mal irgendeine Bestrafung für Torge rein, die er mal machen muss. Würde mich auf jeden Fall mal interessieren, ich quatsche jetzt lang nicht rum und ich weiß auch nicht, ob ich eine Ammoderation mache. Eine Ammoderation mache ich gerade, oh mein Gott, ihr merkt schon selber, ich bin schon so durcheinander, ob ich eine Timelapse mache oder nicht. Ich werde das jetzt einfach mal abbauen und wie gesagt, 10 Minuten lang, das Video wird nicht allzu spannend. Heißt, ihr müsst euch das nicht unbedingt angucken, aber das ist eben die Bestrafung, die ich machen muss, damit ihr da auf jeden Fall Bescheid wüsst. Und ich würde sagen, ich baue jetzt einfach den Blog ab und euch noch einen angenehmen Tag und schönen Tag. Und ich würde sagen, ich würde es gerne um ein bisschen angenehmen Tag und ich würde es gerne um ein bisschen angenehmen Tag. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020